Hören wir jetzt eine Rede von unserem Anführer, Herrn Lavigator. Angesichts dieses Ohrenhauses möchte ich rezitieren aus dem Buch im Mormon. Inter 9, 6. Denn diese böse und geheime Verbindung hatte sich so weit ausgebreitet, dass sie die Herzen des ganzen Volkes verdarbt. Daher wurde Jared auf seinem Throne ermordet und Achish reagiert an Seiderstand. Amen! Jawollo!